Manchen Menschen kann man diese Frage stellen, ich glaube, dir kann man sie stellen. Was ist der Sinn des Lebens? Ich gebe dir nachher mal ein paar Nummern von ein paar Leuten, die können dir damit helfen, vielleicht. Was ist der Sinn des Lebens? Das ist, nicht an mir das in den Mund nehmen zu können. Nein, ich glaube, der Sinn des Lebens ist es, wirklich anwesend zu sein, wirklich präsent zu sein, klüger zu werden. Damit meine ich nicht intellektuell klüger, obwohl ich das auch toll finde, aber weiser zu werden. Also, wenn du Weisheit als die Fähigkeit, mehr Welt in dir abzubilden definierst, ein präsenterer, weiterer Raum der Welt zu sein, der großzügig ist, der liebevoll ist, der verbunden bleibt, anstatt sich abspaltet, anstatt sich abzuspalten, dazu zu lernen, Liebe in die Welt zu bringen, zu lieben, zu helfen und die Welt durch deine Präsenz vielleicht ein bisschen reicher zu machen und vielleicht eine Frage zu stellen, die nur durch dich gestellt werden kann. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich bin Matze und ich bin ganz, ganz neu hier auf YouTube. Ich freue mich, wenn ihr den Kanal abonniert, wenn ihr dem weiterempfehlt, wenn ihr den liked, wenn ihr in den Kommentaren irgendwas reinpostet und ich freue mich, wenn ihr ein bisschen weiter hier rumklickt. Hier gibt es noch ein Video zu sehen, da gibt es noch ein Video zu sehen und ich freue mich, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Ciao.